Guten Tag, mein Name ist Gustav Dobosch und ich bin Internist. Und als Internist weiß ich, dass Patienten mit chronischen Krankheiten häufig eine lange Odyssee von Arztpraxis zu Arztpraxis hinter sich haben. Leider werden die Beschwerden häufig nicht besser, aber die Anzahl an Medikamenten nimmt permanent zu und damit ganz oft auch die Nebenwirkungen. Es gibt aber eine Alternative, das ist die integrative Medizin. Das ist die Kombination aus wissenschaftlich geprüfter Naturallkunde mit der Schulmedizin. In meinem neuen Buch Chronische Krankheiten natürlich behandeln, spreche ich über die zwölf häufigsten chronischen Leiden, wie zum Beispiel Rückenschmerzen, Rheuma, Reizdarm oder Migräne und wie Sie mit Methoden naturerkundlicher Verfahren diese chronischen Leiden zusätzlich naturerkundlich behandeln können. Sie erfahren zum Beispiel, wie Sie durch Akupressur, Massagen, Wickel oder Auflagen zusätzlich zur schulmedizinischen Behandlung sich selbst helfen können. In den Krankheitskapiteln erfahren Sie einiges über diese einzelnen chronischen Erkrankungen und erfahren auch, wie Sie ganz gezielt mit naturerkundlichen Verfahren Ihre Selbstheilungskräfte stärken können. Ich habe dem Buch eine Audio-CD beigelegt und auf dieser Audio-CD erzähle ich Ihnen einiges über den Inhalt des Buches, aber auch über Mind-Body-Medizin und darüber, wie Sie mit Hilfe der Mind-Body-Medizin Ihre Selbstheilungskräfte stärken können. Außerdem bespreche ich einige Entspannungstexte. Ich freue mich, wenn ich mich mit diesem Buch, wenn ich Sie motivieren kann, selbst aktiv zu werden. Ich kann, das soll die Botschaft sein des Buches, sich nicht unterkriegen lassen, die Kontrolle über das eigene Leben gewinnen und Lust am Leben haben. Dabei wünsche ich Ihnen alles Gute.